Hi Leute, hier ist Sandi Rella. Leute, es ist immer noch kalt und es ist Weihnachtszeit. Also bin ich heute wieder her in meinem sexy Christmas-Look, you know? Der Tannenbaum mit den kleinen Kügelchen drauf und meinem wahnsinns Glitzer-Look. Und heute möchte ich wieder jemandem von euch die Möglichkeit geben, etwas ganz Tolles zu Weihnachten zu bekommen. Denn Sandra möchte Thank Yous sagen, you know? Okay. Also habe ich hier wieder schöne Sachen für einen von euch da draußen. Möchtet ihr die Produkte sehen, Bunnies? Möchtet ihr das? Gut. Dann müsst ihr nur dranbleiben. Hier haben wir dieses Mal Produkte von Essence. You know, I think Essence mögt ihr alle gerne. Und heute werdet ihr, oder du, du Bunny, ein bisschen was gewinnen. Der Gewinn ist toll. Glaubt es mir. Und ich zeige euch die Produkte nun. Wir fangen an mit Essence My Skin Mattifying Cleansing Vibes. Das sind Reinigungstücher. Reinigungstücher, die mattieren und für Mischhaut. Hast du also Mischhaut, dann kannst du das hier gewinnen. Essence hat auch etwas für your shoes. So habe ich hier ein paar Schuheinlagen. Und Mädels, guckt hin, guckt hin. Die sind rosa. Leute, die sind rosa. Glaubt es mir, die braucht ihr unbedingt, Girls. Die hier passen in alle Schuhe-Girls. So, you wanna have that one? Leute, mitmachen. Okay, und jetzt kommt noch ein Set dazu. Wir fangen an mit einer Feuchtigkeitsmaske. Die ist blau und ist auch von Essence. Also, wenn ihr euer Gesicht ein bisschen feuchten wollt, Mädels, mitmachen. Und dann habe ich noch etwas für euch, Girls. Look. Diese beiden Sachen bekommst du auch noch. Okay, what is it? This is eine Feuchtigkeitscreme für dein Gesicht. Auch von Essence. Und wie du sehen kannst, in Babyblau. Hier hast du ein sanftes Reinigungs-Scale for your Gesicht. I think this is very nice. And then you have this too. And you can put it all together. And that's amazing, Girls. So, you wanna have it? Oder auf Deutsch. Möchtest du das haben? Kein Problem. Mädels, mit diesen Produkten bekommt ihr ein bisschen mehr Sexiness in your face. Look at my face. Isn't it sexy? Isn't it sexy? Oh my God, ich hab ein Haar im Auge. Alles, was du tun musst, wenn du gewinnen möchtest, ist ganz einfach. Du musst dieses Video mit mir, Sandi-Rella, einfach liken. Like it, Baby. Es ist natürlich noch besser, wenn du es teilst. Aber das musst du nicht unbedingt. Nur, wenn du möchtest, dass die Leute da draußen sehen, wie... Sag sie... Okay, okay, okay. Und dann musst du einen Kommentar schreiben. Girls, schreibt mir einen Kommentar, was dieses Jahr für euch ganz, ganz toll, aber auch ganz, ganz mies war. Ganz wichtig, schreibt, was war toll und was war mies, Leute. Okay, ist das Deutsch genug? Gut. Ich hoffe, das gefällt euch. Leute, ich denke, jeder hätte es von euch verdient, aber nur einer kann das gewinnen. Because it's Christmastime. Hey, I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year. So, macht schön mit. Ich drücke euch alle Daumen, die Sandi-Rella hat, aber ich muss leider aufpassen, dass sie nicht brechen, you know. Also drücke ich euch vielleicht nur einen und hoffe, ihr macht fleißig mit. Okay, dann sehen wir uns wieder am kommenden Sonntag und ich hoffe, du gewinnst. Oder du. Oder du da drüben. Okay, guys. So, I love you all. And don't forget me. Okay, guys. Bye, bye.